Grüß euch! Ein kleines Update drüber, wo wir stehen, dann noch kurz über das Horoskop und dann besprechen wir noch ein paar Vorbereitungen. Für diejenigen, die neu dazugekommen sind, es gibt eine ganze Serie über Vorbereitungen, schaut in der Playlist Alois Irlmaier nach und da kommt hin und wieder immer mal was Neues dazu. Und jetzt eine wichtige Frage. Wie soll ich denn nach den drei finsteren Tagen wissen, dass es wieder hell wird? Wir sollen doch alles zulassen, wir sollen doch nicht nausschauen, wie weiß ich, dass draußen wieder hell ist? Und zwar mit einer mechanischen Uhr oder einem mechanischen Wecker, den du alle zwölf Stunden aufziehst. Und mit jedem Aufziehen malst du ein Stricherl an die Höhlenwand. Nach 72 Stunden, wer Rollläden an den Fenstern hat, braucht bloß die oberen zwei kleines Bisserl hochziehen und es reicht wirklich nur der oberste kleine Spalt und du siehst, ob draußen hell ist oder nicht. Wer sich wegen der Feuchtigkeit Gedanken macht, weil die Fenster sind ja alle zu, da gibt es Silikagel oder Silikakristalle. Das sind die kleinen Heftchen mit den weißen Kugel, die findest du in vielen Produkten, wenn man was neu kauft, die die Feuchtigkeit innerhalb der Verpackung aufnehmen. Wenn man die jetzt allerdings in der Wohnung verteilen müsste, das käme jetzt teuer, aber dasselbe Material wird auch aus Katzenstreu verkauft. Das kannst 5 Kilo weiß kaufen. Es ist genau dasselbe Silikagel, das du in den kleinen Heftchen hast und überhaupt nicht teuer. Ich habe diese Silikakristalle in so kleine Alugrillschalen gefüllt. Fülle die voll und verteile die überall. Dann noch kurz was zum Horoskop dieses Jahres, welches bis 21. März geht. Wir haben gesagt, die Überschrift ist die Aufhebung all ihrer Systeme. Wie müssen wir das Wort Aufhebung verstehen? Jetzt gibt es viele, die warten auf irgendwelche Ereignisse, die warten, dass was passiert in dem System. Aber das ist ja keine Aufhebung. Es wurde nie gesagt, dass das System von Ereignissen erschüttert wird, die es dann zum Kollabieren bringt. Nichts da, keine Ereignisse. Nein, Aufhebung ist ganz was anderes. Nimm zum Beispiel mal das Schulsystem. Die Schule beginnt jeden Tag um 8 Uhr. Das Kind hat anzutreten. Das hat am Platz zu sitzen. Die Ferien sind festgelegt. Aber wie die Schule abläuft, das ist ein festes System. Und all diese Kinderkasernen sind gleichgeschaltet. So, und wenn du dir das Schulsystem anschaust, Anfang Dezember haben die noch getönt. Nein, die Weihnachtsferien werden nicht verlängert. Und, was ist real? Jetzt haben wir Ende Februar die Schulen immer noch zu. Und dieses Prinzip der Aufhebung haben sie in allen Systemen in Gang gesetzt. Und auf so eine perfide Art, dass es die Leute nicht bemerken. Deshalb kannst du überall hören, ja, es passiert ja nichts. Jetzt, die merken es nicht. Was, die sollen das ja gar nicht merken. Die Leute sollen bis zum Schluss nicht merken, was läuft. Und sie erkennen das Existenzvernichtungsprogramm, das hinter allem steht. Das erkennen sie nicht. Sie wollen es nicht sehen. Und so werden die Leute seit einem Jahr zwischen Phase 1 und 2 immer hin und her geführt. Weil auch die Hoffnung braucht Etappen. Da ist kein Versprechen dabei. So, ihr dürft es dann wieder leben wie früher. Na, nichts. Den Leuten wird ganz genau gesagt, was geplant ist. Ihr kriegt Lockerungen. Seit einem Jahr wird niemals gesagt, ihr kriegt euer früheres Leben zurück. Hast du nun nirgendwo gehört. Und trotzdem hoffen sie und glauben sie genau das. Entspricht es der Definition von Realitätsschwund oder Wahnsinn oder wie nennt man das? Auf etwas zu hoffen und was zu glauben, wo einem aber ganz genau das Gegenteil gesagt und vorgeführt wird? Phase 1, Phase 2, immer hin und her. Seit einem Jahr. Und die Leute merken es nicht. Und warum merken es die Leute nicht? Weil sie nicht wollen. Das Ganze ist weltweit gesteuert. Also das gesamte Jahr lang läuft schon die Aufhebung ihrer Systeme. Das kannst vergleichen mit dem Auto. Du fährst und dann tust du einen Gang raus. Und das Auto rollt ja weiter. Das System des Getriebes, des Gasgebens, wurde aufgehoben. Und dass der Gang draußen ist, das weiß ja nur der Fahrer. Und vielleicht ein paar aufmerksame Beifahrer. Aber die meisten Leute kriegen nicht mit, dass der Gang draußen ist, weil es rollt ja noch. Und das ist die Bedeutung von unserem Uranus in 2, wo wir gesagt haben, die Aufhebung des Systems. Das ist es, worum es das ganze Jahr lang schon geht. Wer das verstanden hat, sieht es überall. Und wer es nicht wissen will, schaut immer nach Ereignissen und dass irgendwo was passiert. Das ist aber genau das Gegenteil. Es geht um Aufhebung. Was ist denn alles aufgehoben worden? Die Wirtschaft, Kultur, der normale Lebensablauf, Feste, die Märkte, die Gastwirtschaften, Geschäfte, Konzerte, Traditionen und die religiösen Traditionen, die eigentlich über allem stehen. Das ist alles aufgehoben. Es ist noch nicht aufgelöst. Weil wenn was aufgelöst ist, gibt es es gar nicht mehr. Und das ist alles Absicht. Dieses Trara in den Medien über die Impfung, über das ganze Ding, ist die Ablenkung. Damit keiner merkt, dass ihr System schon aufgehoben ist. Die sollen das nicht merken, bis zum Schluss. Und sie werden es bis zum Schluss auch nicht merken. Weil sie nicht wollen. Jetzt liest man in den Medien, die Händler und Geschäftsleut starten eine Klagewelle. Tja, da wollen sie mit dem Gericht des Systems gegen das System vorgehen. Gegen die Garbage des Systems. Na, viel Spaß damit. Das ist die neueste Beschäftigungstherapie. Und sie merken es immer noch nicht. Und das Großteil der Leute meint, dass die Politiker nicht wüssten, was sie anrichten. Diese Seuchenvögel wissen ganz genau, was sie tun. Das ist eine eiskalte Enteignung. Ein Existenzvernichtungsprogramm. Und die Vernichteten merken das nicht einmal. Und das ist mit Aufhebung des Systems gemeint. Die Auflösung, in dem Sinn, dass alles weg ist, das ganze System verschwunden, das kommt ja erst noch. Bis jetzt ist es aufgehoben. Die haben den Gang raus und das Auto rollt nur ein bisschen. Das ist mit Aufhebung gemeint. Nur kurz was zu den Auslösungen der kommenden Wochen. Das ist jetzt die Auslösung dessen, was letzten März angelegt war. Also viele haben gemeint, okay, letzten März, das war eine Übung. In einem gewissen Sinn ist das schon richtig. Das wurde letzten März so programmmäßig angelegt. Was jetzt in der letzten Instanz, also in der höchsten Potenz, verwirklicht wird. Dass die Macher ganz klar die Gruppenschicksalspunkte von Herrn Döbereiner benutzen, das haben wir jetzt schon öfters gesehen. Das erklärt auch, warum sie diese Tage noch nicht aktiv geworden sind. Wir haben jetzt nämlich die Sonne auf 2 Grad Fische. Und der Punkt gilt plus, minus 2 bis 3 Tage. Jede Aktion, die du auf 2 Grad Fische Sonne durchführst, geht dir daneben. Da verlierst du das Gitter verloren. Und deshalb haben sie diese Tage jetzt verstreichen lassen. Das wissen die. Auf 2 Grad Fische, da tut man nichts. Und die halten sich sehr genau nach den Punkten, gell, das haben wir schon gesehen. Warum ich jetzt den laufenden Mond nie mit einbeziehe, im Gegensatz zu vielen Astrologen. Der Mond ist ziemlich schnell, 28 Tage einmal rum. Und der Mond betrifft das Gefühls- und Empfindungsleben des Menschen. Und es ist für jeden Menschen verschieden, weil ja jeder einen Mond woanders zu stehen hat. Mit dem Mond siehst du, was jeden Einzelnen so selber betrifft, im Empfinden. Was da draußen mit den Systemen aber jetzt gemacht wird, das ist ja seit Jahrzehnten, ist das ja schon geplant. Und was aussieht wie ein Zufall, ist ein langgehegter Plan. Das war mal aus einem Liedertext, ich weiß nicht mehr von wem. Und diese langgehegten Pläne, die siehst du an den langsamen Lichtern. Die langsamen, das sind Neptun, Uranus, Saturn, Pluto. Der Mond, der betrifft das eigene Innere von jedem Menschen selber. Drum ist bei dem, was die jetzt durchziehen, völlig egal, wo der Mond steht. Merkur wird vielleicht noch am Rande mit einbezogen, der jetzt rückläufig war bis heute. Was bedeutet, solange der rückwärts geht, sollte man auch nichts Neues anfangen. Und diese beiden, Sonne und Merkur, die nimmt man ganz besonders dann nicht mit, wenn man weltweit die dritte Phase einleiten will. Das Ergebnis, also das Ziel, worum es das ganze Jahr über geht. Das leitet man nicht mit dieser Sonne und dem Merkur ein, erwartet man schön, bis das vorbei ist. Und es ist diese Tage vorbei und die Auslösungen stehen. Wisst, ich sehe viele Sachen anders wie die Astrologen, denn ich bin ja keine Astrologin. Wer weiß, was gerade läuft, für den ist es wunderbar. Und für die, die nicht wissen, was läuft, wird es ganz furchtbar. Und das deswegen, weil sie es nicht wissen wollten. Sie wollten die Wahrheit nicht wissen. Denk immer dran, sie wollten nicht. Man kann die Leute nicht immer damit entschuldigen. Ja, die sind alle gehirngewaschen. Weißt was? Wir sind alle gehirngewaschen worden. Und zwar alle gleich. Und man hat uns nicht gewaschen, sondern man hat uns alle mit Unsinn und Lügen verdreckt. Nicht gewaschen. Verdreckt hat man uns. Und zwar alle gleich. Und einige wollten die Wahrheit wissen und andere aber nicht. Und wenn sie nicht wollen, dann ist es ihre freie Entscheidung. Und die wird sogar von Gott respektiert. Also lassen wir ihnen ihre freie Entscheidung. Lassen wir sie dahin gehen, wo sie hinwollen. Lassen wir sie glauben, was immer sie glauben wollen. Und dann aber dafür die Konsequenzen tragen. Und nicht uns was vorjammern. Die Zeit, dass wir ihr Gejammer angehört haben, die ist auch vorbei. Jeder von uns hat sicher einige, mehrere versucht zu warnen. Aber wenn sie es nicht wissen wollen, dann sind die Konsequenzen dessen aber ihre eigenen. Das geht uns dann überhaupt nichts mehr an. Das ist wichtig zu wissen, weil jetzt das Gejammer beginnt. Da musst du dich zurückziehen. Und jeder, der mir jetzt zuhört, du bist nicht verantwortlich für irgendwen anders. Alles Liebe und bis bald.